Voraussichtlich im Mai soll die erste umgestaltete Ausstellung im Hoyerswerda Stadtmuseum eröffnet werden. Unter dem Motto Erlebnisreich gibt es darin einen Überblick über die Stadtgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart. Dabei werden Teile der bisherigen Schau mit interaktiven Angeboten kombiniert. In den nächsten Jahren soll die komplette Dauerausstellung des Museums überarbeitet und in vier weitere Bereiche erinnerungsreich, lehrreich, ruhmreich und abwechslungsreich strukturiert werden. Dabei sind auch neue Themen in der Planung, so zum Beispiel der Aufbau und Rückbau Hoyerswerdas, die Geschichte der evangelischen Sorben sowie die Historie von Zoo und Schloss. Die Neugestaltung sei wichtig, um mehr Gäste anzuziehen. Vor allem für Familien mit Kindern wolle man neben dem Zoobesuch auch den des Stadtmuseums als Schlechtwettervariante schmackhaft machen. erklärt Zoo-Kultur-Geschäftsführer Arthur Kusper. Mit der Einführung einer gemeinsamen Eintrittskarte für beide Einrichtungen konnten bereits deutlich mehr Familien im Schloss registriert werden. Die derzeitige Dauerausstellung wurde vor 15 Jahren mit der Sanierung des Schlosses eingerichtet.